Bereits 1917 nutzte der Dichter Guillaume Apollinaire den Begriff surrealistisch im Sinne von abseits der Wirklichkeit stehend, um damit die Nutzung des Unbewussten und von Traumerlebnissen für die künstlerische Arbeit zu bezeichnen. Der sich in der Folge entwickelnde Surrealismus folgt in seinen Vorstellungen dabei den zu dieser Zeit revolutionären Ideen der Psychoanalyse des Wiener Arztes Sigmund Freud. Dieser geht vom Unterbewussten als Speicher zahlreicher prägender Veränderungen aus, die dem eigentlichen Bewusstsein verloren gegangen sind oder daraus verdrängt wurden. Nach Freuds zwischen 1899 und 1916 entwickelten Theorien entstehen Träume aus dieser verborgenen, dem Verstand und zugänglichen Bewusstseinsschicht. Ein Gedanke, der in seiner Radikalität gerade die Kunstschaffenden der Zeit besonders ansprach. Zwar hatte die Darstellung des Nicht-Erfahrbaren, z.B. der Hölle mythologischer Szenen oder von Fabelwesen schon Künstler früherer Epochen wie Hieronymus Bosch dazu gebracht, erfundene Welten und Kreaturen möglichst greifbar darzustellen, dies geschah aber einmal aus religiösen Motiven heraus, aus einem Glauben an die Realität dieser Visionen. Mit Freuds Ideen bot sich nun aber eine fundierte Basis für diese Auseinandersetzung mit dem Innersten des Menschen. In der Nachfolge der französischen Dada-Bewegung, die ebenfalls mit Zufall und Spontaneität als Gestaltungsmittel arbeitete, bildete sich so in den Jahren 1924 und 1925 in Paris um den Dichter André Breton, eine Künstlergruppe, in der sich Surrealisten, Schriftsteller, Dichter und bildende Künstler Lose zusammenschlossen. Nach Breton war es das eigene Ziel, die Reichtümer des Unbewussten freizusetzen durch Vorrangstellung der Träumer und das zeitweilige Außerkraftsetzen bewusster Kontrolle. In der Idee des Automatismus entwickelten sie einen geistigen Ansatz, durch den ihre Bildvorstellungen ohne Beeinflussung durch Vernunft, Moral und ästhetische Normen unmittelbar und spontan visualisiert werden sollten. Ziel war das absichtsvolle Ausschalten des Bewusstseins, beispielsweise durch Trance, Traum, Schlaf oder Rauschmittel. Das Unbewusste sollte so in einem automatischen, nicht gesteuerten Schaffensprozess zum Ausdruck kommen. Durch diese automatischen Techniken sollte der Geist in die Lage versetzt werden, die Zwänge der Logik und der Ratio zu sprengen. So wollte man zu neuen sprachlichen oder bildhaften Vorstellungen gelangen, die nicht zusammengehörige Dinge miteinander verschmelzen und eine neue, magisch-poetische Wirklichkeit erzeugen. Ihre inhaltlichen Positionen legten die Surrealisten im maßgeblich von Breton formulierten, 1924 veröffentlichten Manifest du Surrealisme nieder, in dem der Wahnsinn als eine ebenso gültige Form des Begreifens der Wirklichkeit angesehen wird, wie das normale, vom Verstand kontrollierte Denken und Empfinden. Im Surrealismus gibt es, wohl gerade wegen seines Fußens im Unbewussten, keine inhaltliche, formale oder stilistische Einheit, sondern nur diese gemeinsame Haltung bezüglich der Einbindung des Überwirklichen in das Schaffen des Künstlers. Eine systematische Auseinandersetzung mit der von den Surrealisten sogenannten paranoisch-kritischen Geistestätigkeit wurde maßgeblich vom Maler Salvador Dali und dem Filmregisseur Louis Benuel vorangetrieben, die nach dem psychoanalytischen Hintergrund des Absurden suchten. Der Kurzfilm Le Chien Andalou ist in seinen willkürlich aneinandergereiten, teils überaus verstörenden Sequenzen ein faszinierendes Beispiel für, wie aus einem fiebrigen Albtraum entnommene, wahnhaft wirkende Bilder. Für die bildhafte Wiedergabe dieser Visionen bedient sich der Surrealismus häufig aber auch äußerst naturalistischer Darstellungsmethoden. Er erzeugt so ein Spannungsfeld zwischen formaler Glaubwürdigkeit und inhaltlichem Irrealismus. Bei manchen Künstlern wie Jean Miro führte dieses Verfahren sogar zu gänzlich abstrakten Bildanlagen. Gemeinsam mit Hans Arp und Max Ernst bestritt Miro 1925 die erste Ausstellung der Gruppe unter dem Titel La Peinture Surrealiste, ehe die zweite Ausstellung die beinahe schon programmatische Frage aufwarf. Le Surrealisme? Existe-t-il? Max Ernst experimentierte besonders stark mit völlig neuen, in der Kunst so bisher nicht angewandten aleatorischen Mitteln der Bildfindung und Bildgestaltung. Die vom Künstler oft nur bedingt steuerbaren Techniken der Collage, Frottage, Grattage und die Dekalkomanie ermöglichten es ihm, den Zufall als Instrument für das unbewusste Schaffen zu nutzen. Salvador Dalí entwickelte unter dem Einfluss der Lehren von Sigmund Freud die Methode der paranoisch-kritischen Aktivität, bei der er sich durch intendiert herbeigeführte Paranoia und Halluzinationen die Erweiterung des Bewusstseins über die Grenzen der alltäglichen Realität hinaus erhoffte. Seine exzentrischen Selbstinszenierungen und skurrilen Auftritte waren Teil seines künstlerischen Selbstverständnisses. In klassischer formal-naturalistischer Maltechnik erzeugte er fantastische Raumillusionen mit traumartigen Szenarien, die oftmals stark verschlüsselte und wiederkehrende Allegorien und Symbole enthalten. René Magritte visualisierte in seinen Bildern häufig philosophische Grundfragen der menschlichen Existenz. Seine Sprachbilder spielen dabei durch ihren oft rätselhaften Humor mit der Wahrnehmung des Betrachters und machen so auf die Widersprüche in den individuell empfundenen oder erlebten Realitäten aufmerksam. In der heutigen Einordnung wird oft jeder Stil als surrealistisch bezeichnet, der Reales mit traumhaftem oder mystischem verbindet. Surrealistische Bild- und Traumwelten haben durch Werbung und Massenmedien als kommerzielle Produkte den Weg in den Alltag gefunden. Doch auch in der zeitgenössischen Malerei ist der Surrealismus nach wie vor sehr lebendig. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020